Musik Herzlich Willkommen zu unserer Sendung Hoffnung um 12. Gott hat viel mehr für dich, als du es dir vorstellen kannst. Und in Epheser 3, Vers 20 steht, Gott aber kann viel mehr tun, als wir jemals von ihm erbitten oder uns auch nur vorstellen können. Und stell dir einmal alles vor, was du dir ausdenken kannst. Und Gott hat noch viel, viel mehr für dich. Glaubst du das? Das klingt ja wie Weihnachten. Hoffnung um 12, wir wollen dich heute wieder ermutigen. Lass uns dein Gebetsanliegen wissen auf gebet.missionswerk.de, im Chat oder auch am Telefon bis 13 Uhr. Gott deckt dir den Tisch. Wir machen weiter im Psalm 23. Da heißt es, du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Was ist das für ein wunderbarer Gott? Er deckt uns den Tisch im Angesicht unserer Feinde. Das sind jetzt nicht irgendwie Äpfel oder Gemüse, sondern genau das, was du brauchst am heutigen Tag. Und er deckt denen den Tisch, wo er der Hirte sein darf. Ist er dein Hirte? Und er versorgt dich, auch wenn dich niemand versorgen möchte. Er versorgt dich und die Feinde müssen zuschauen, dass es dir gut geht, dass du Versorgung bekommst. Sie sind vielleicht neidisch, eifersüchtig, aber das macht nichts. Gott versorgt dich mitten unter den Feinden. Und das ist mitten im Chaos. Und wir haben ja auf dieser Welt immer mehr Chaos. Und mittendrin kennt er dich, er versorgt dich, er möchte dir den Tisch decken und möchte ganz, ganz nahe bei dir sein. Danke, Herr, dass du den Tisch deckst, uns mitten unter den Feinden. Herr, ich danke dir dafür. Danke, Herr, dass so viel Gutes du für uns bereit hältst. Herr, dass wir wirklich Ausblick haben, dass wir Versorgung haben. Und, Herr, dass wir Hoffnung haben dürfen, dass du uns versorgst, auch wenn es nicht so aussieht. Danke, Herr. Amen. Menschen brauchen Gebet und eine Frau schreibt für ihre Tochter. Liebes Ehepaar Müller, heute sah ich ihren Gottesdienst über christliche Nächstenliebe und Wertschätzung. Vielen Dank dafür. Es hat so gut getan und hat mich wieder in die Spur gebracht. Könnten Sie bitte für meine Tochter beten? Sie kam diese Woche als Notfall ins Krankenhaus und hat seit einer Woche sehr hohes Fieber und rasende Kopfschmerzen. Sie ist im Krankenhaus und fühlt sich sehr wohl dort, aber noch weiß man nicht, was sie hat und kann ihr nur mit Schmerzmitteln helfen. Danke. Liebe Grüße. Jesus, und wir danken dir, dass wir dir diese Tochter einfach bringen dürfen und du weißt, was sie hat. Wenn auch die Ärzte nicht wissen, was der Auslöser ist, aber du weißt es. Und wir danken dir, dass du diese Kopfschmerzen wegnimmst, dass dieser Schmerz besiegt ist am Kreuz von Golgatha und dass er keine Wirkung mehr hat, dass dieser Kopf völlig in Ordnung ist und dass auch das Fieber keine Wirkung mehr hat. Danke, Jesus. Wir entmachten alle Fieberschübe und wir entmachten alle Kopfschmerzen im Namen Jesu. Und ich danke dir, Jesus, dass dein Heilungsstrom durch ihren Körper fließt, gerade jetzt. Danke, Jesus. Amen. Amen. Und auf WhatsApp erreicht uns folgendes Gebetsanliegen. Liebe Geschwister, danke für euer Weiterbeten für die Ehe und Familie unserer Tochter. Wir beten, dass sie bald ohne Angst nach Hause fahren kann und ihren Alltag mit Gottes Hilfe schafft. Ich hatte nach längerer Pause wieder Augenflackern, Ganglion am Kiefer, Tinnitus. Riechen kann ich schon länger nicht mehr. Bronchien und Nebelhöhlen sind leider noch ein Dauerbrenner. Vielen Dank. Das ist schon eine ganze Menge. Und da wollen wir auch dafür beten. Jesus, ich danke dir, dass du zuerst mal diese Tochter kennst, die so mit Ängsten behaftet ist. Und ich danke dir, dass du sie berührst, dass diese Ängste in Licht verwandelt werden, dass diese negativen Gedanken sich umkehren in positive Gedanken. Und ich danke dir, Jesus, dass du eingreifst in ihr Leben. Und ich danke dir aber auch für diese Mutter, dass du sie berührst und dass du diesen ganzen Kopf wieder in die normale Funktion bringst. Egal was es ist, Tinnitus oder Kiefer oder Augen oder Nebenhöhlen, egal was es ist, durchströme diesen Kopf mit deiner Heilungskraft und dass alle Funktionen wieder vollkommen hergestellt sind in deine göttliche Schöpfungsordnung. Danke, Jesus, dass du da die Hilfe bist. Und ich danke dir auch, dass du die Bronchien berührst, da wo es nicht richtig funktioniert. Danke, Jesus. Du bist der Heiler. Du bist der Herr, der alles in seiner Hand hat. Und ich danke dir, dass du diese Frau berührst. Amen. Amen. Schreib uns dein Anliegen, wenn wir für dich beten sollen. Wir beten gerne für dich. Lass es uns einfach wissen. Die Infos sind eingeblendet. Verzweifelte Eltern brauchen Gebet. Liebe Isolde, lieber Daniel, heute bitte ich euch um Gebet. Mein Enkel ist knapp vier Monate alt und weint und schreit jede Nacht. Seine Eltern sind am Ende ihrer Kräfte. Der Vater des Kleinen muss dazu noch eine 14-Stunden-Tag- sowie Wochenend-Arbeiten bewerkstelligen. Tagsüber ist der Kleine ein fröhliches und gut entwickeltes Kind. Auch organisch ist laut Kinderarzt alles in Ordnung. Ich befürchte, dass seine Eltern die Situation nicht mehr lange aushalten. Es geht ihnen sehr schlecht. Dass ihr für uns betet, lässt mich auf Entspannung hoffen. Vielen Dank. Ja, wir beten gerne für jede Situation. Wir können nicht helfen, aber wir glauben, Gott hilft. Herr, ich danke dir dafür, dass du jetzt diese Situation kennst. Du kennst dieses Kind und ich danke dir dafür, Herr, dass alles, was nicht reingehört in dieses Kind, vielleicht Erlebnisse, die irgendwie im Unterbewusstsein wirken oder irgendwelche Dinge, die wirken, die nicht dahin gehören. Herr, wir befehlen in deinem Namen, Jesu, dass alles weicht, was da nicht reingehört. Ich danke dir dafür. Danke, Herr, dass du stärker bist, denn die ganze Unruhe, den ganzen Rhythmus, der nicht mehr da ist. Ich danke dir, Herr, dass du stärker bist. Ich danke dir, dass wir Frieden in dieses Kind hineinrufen dürfen, deinen göttlichen Frieden und deine göttliche Normalität. Ich danke dir dafür, dass ein göttlicher Rhythmus in das Leben dieses Kindes hineinkommt. Danke, Herr. Amen. Amen. Und bei dem nächsten Gebetsanliegen steht eine OP an. Guten Morgen, liebes Team in Karlsruhe. Bitte um ein Gebet für unsere Tochter, die nächste Woche an der Hand operiert wird. Danke für eure Unterstützung im Gebet und danke für eure Gottesdienste. Ja, auch für die Hand wollen wir jetzt beten. Danke, Herr. Herr, dass du diese Operation auch wunderbar gelingen lässt. Dass die Hand wieder total richtig funktioniert, richtig gebrauchbar wird wieder und dass nichts, keine Schäden zurückbleiben. Ich danke dir dafür. Danke, Herr, auch für alle, die jetzt auch sagen, ja, ich werde auch operiert. Hätte ich doch geschrieben. Danke, Herr, dass du jeden Einzelnen kennst. Danke, Herr, dass du die Ärzte kennst und lenke die Hände der Ärzte. Und danke, Herr, dass auch Ruhe hineinkommt, Herr, vor der Operation, Herr, und eine Sicherheit, Herr. Herr, wir übergeben dir jede Menschenseele, Herr, jeden Mensch, der vor der Operation steht, Herr. Danke, Herr, dass du mit jedem bist. Danke, Herr. Amen. Amen. Menschen erfahren Gottes Hilfe. Und auf WhatsApp kam diese Gebetserhöhung. Vielen lieben Dank für die Gebete für meine Tochter. Sie hat das Virus gut überstanden. Sie war heute bei der Kontrolle wegen der Schwangerschaft. Alles ist in Ordnung. Gott ist so gut. Kurz und bündig schreibt jemand, Das nächtliche Kältegefühl ist nicht mehr da. Danke für Gebete. Und eine Frau hat Gottes Versorgung erlebt. In der Gebetszeit, in der letzten Gebetsnacht, teilte Daniel Müller mit, dass da jemand ist, bei dem die Sache mit dem Bauernhof geklärt wird. Und? Du wirst es erleben. Ich habe es gestern erlebt. Bevor wir, mein Mann und ich, vor zwei Jahren heirateten, kamen Verwandte der verstorbenen ersten Frau meines Mannes und forderten von mir ein Versprechen, dass ich nach seinem Tod wieder aus dem Bauernhof ausziehe. Gott hat meinen Mann inzwischen geheilt. Dank sei ihm. Gestern teilten diese Verwandten mir mit, dass wir mit dem Erbe machen sollen, was wir wollen, weil es nicht ihnen gehört. Ist das nicht wunderbar? Ja, Gott greift ein. Wie schön. Und aus dem Schwäbischen schreibt uns eine Mutter Folgendes. Danke für alle Gebete für meine Tochter. Keines war umsonst. Seit vier Wochen ist sie für drei Monate in Therapie in einer Tagesklinik. Die Menschen in der Gruppe haben zum Teil dieselben Probleme und sie bewundern meine Tochter für ihre Stärke und ihr positives Wesen. Es ist aber nicht die Therapie, die hilft und verändert. Die einzige Therapie, die hilft, heißt Jesus. Ich sehe, wie das Gebet die Situation verändert. Immer mehr und Schritt für Schritt. Vielen Dank auch für die vielen Ermutigungen während des Jahres 2020. Die guten Tipps und ermutigenden Zeilen haben mir sehr weitergeholfen und ausgerichtet, wozu sie gesandt wurden. Gebet verändert auch bei dir. Wenn ich so all diese wunderbaren Gebetserhörungen höre, dann werde ich ermutigt. Und das ist was Wunderbares. Es ist immer wert, Gott zu danken und ihm zu bitten. Und er erhört Gebet. Hast auch du etwas mit Gott erlebt? Lass es uns wissen. Die WhatsApp-Nummer ist eingeblendet. Und jetzt der Tipp des Tages. Wir hatten es vom Psalm 23. Gott deckt dir einen Tisch im Angesicht deiner Feinde. Ich glaube, was du am besten kennst, sind deine Feinde. Die kennst du am besten. Aber konzentriere dich mal darauf, dass dein Tisch auch leer ist, dass Gott dir den Tisch decken kann. Dass du bereit bist, dass du nicht schon alles drauf hast, so eine Notversorgung in deinem Leben, sondern mach Platz auf deinem Tisch und lass Gott dich versorgen. Du sagst, wie kann ich das tun? Kläre es mit ihm im Gebet. Rede zu ihm. Sage danke, Herr, dass du meinen Tisch deckst im Angesicht meiner Feinde. Wenn du ein Gebetsanliegen hast, dann lass es uns wissen. Und heute auch am Telefon bis 13 Uhr. Ja, wir haben nächsten Freitag ein Ehe-Webinar. Da kannst du dich noch anmelden. Tu es möglichst schnell. Und es wird eine wunderbare Sache sein. Du siehst gleich den Film, um was es sich dreht. Melde dich an auf unserer Webseite und sei mit dabei. Es ist für jedes Ehepaar, egal welchem Alter. Es sind für Paare, die vielleicht in der Hochzeitsvorbereitung sind oder Verliebte, die heiraten möchten. Komm einfach mit dazu. Es lohnt sich. Es gibt eine ganz, ganz spezielle Sache. Schau dir jetzt diesen Film an. Oh, Hallöchen zusammen. Hi, wir sind Marvin und Verena. Und wir sind seit zweieinhalb Jahren verheiratet und haben eine wirkliche Herzensempfehlung für alle Ehepaare da draußen. Genau, und zwar haben meine wunderbaren Schwiegereltern und Marvins Eltern Dirk und Kirstin Schröder ein Online-Eheseminar für euch vorbereitet an einem Wochenende. Genau, und was ich an den beiden einfach so doll schätze, ich bin ja da groß geworden offensichtlich, und die beiden haben mich einfach schon immer fasziniert, was für eine gesunde Ehe die haben. Und ich fand schon immer die Schlüssel spannend, die Bausteine spannend, die die beiden als Fundament genutzt haben. Dann habe ich Verena kennengelernt und wir haben wirklich gemerkt, dass die Bausteine in der Freundschaftsphase beziehungsweise und Verlobung und jetzt Ehe wirklich funktionieren. Ja, und die beiden sind wirklich echt unser größtes Vorbild, was Ehe angeht. Die haben uns in jeder Phase begleitet und ich bin so begeistert von den beiden, wenn man die echt so miterlebt im Alltag. Ich denke echt so, die sind wie so frisch verliebt, die sind über 30 Jahre, glaube ich, sind die jetzt verheiratet und wirklich frisch, wie so Verknallte laufen die rum. Und ich finde es einfach total cool, von denen zu lernen und merke, dass wir so krass von den beiden profitieren, auch in unserer Ehe, jetzt die zweieinhalb Jahre sind und nicht so lange verheiratet. Und wir können echt vom Herzen sagen, wir haben so eine gesunde Ehe und da haben wir auch ganz viel einfach Dirk und Kirstin und deren Tools so zu verdanken, wie genial die das so bauen. Genau, manchmal sind es auch nur so Kleinigkeiten, ganz kleine Sachen. Hätten wir das damals nicht gewusst, wäre unsere Ehe wahrscheinlich nicht da, wo sie jetzt ist. Und dieses Seminar ist für Jung und Alt, also für Ehepaare wie uns beide oder schon richtige Legenden, die schon, weiß ich nicht, 50 Jahre auf Heirat sind. Juhu, Chapeau! Chapeau, da kommen wir auch noch hin. Also wirklich jeder kann dieses Seminar mitmachen. Und egal, ob du gerade das Gefühl hast so, boah, ich stehe gerade gefühlt vor einer Scheidung und ich kann nicht mehr und das bringt doch eh alles nichts, melde dich an, aber auch wenn du sagst so, eigentlich läuft es gerade alles super bei uns, was wir auch sagen können gerade von uns, aber wir haben immer Raum dazu zu lernen und Neues zu lernen und unseren Partner noch besser kennenzulernen und wir freuen uns, wir sind selber so heiß auf dieses Seminar. Also meldet euch an, alle Infos sind hier unten. Pizza? Bis dann! Ich habe die damals erlebt. Yes, yes, yes! Okay. Wir verabschieden uns bis heute und wünschen dir Gottes Segen. Alles Gute, der Herr segne dich. Wusstest du, dass du mit deinen Sorgen und Problemen nicht allein bist? Schick uns dein Gebetsanliegen auf missionswerk.de Dort findest du auch ermutigende Artikel und vieles mehr. Schau doch mal vorbei. Schick uns dein Gebetsanliegen auf